Heute befinden wir uns am Amasi und zwar dieses mal auf der Seeseite von Herscheng. Ja genau, wir sind in Herscheng. Sie sehen jetzt wie hier die Party abging zu Silvester und im Anschluss kann ich Ihnen auch noch etwas Schönes sagen und zwar schauen Sie auch noch weiter, denn es gibt auch noch in Drüssling das alljährliche wunderschöne Lichterfest, was von der Kirche veranstaltet wird zur Spendensammlung von Kindern, die es brauchen, Kindern die in Not sind. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß mit den folgenden Videos und der abgehenden Party, die hier am Steg am Herscheng genau hier stattfindet und ich kann Ihnen verraten, das ist ein wirkliches Full House. Habt Spaß und frohes neues Jahr! Puh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020